Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnight Daily Shop News mit dem Herrn sofort neben mir und mit mir dem Herrn gleich durch. So, wir gucken jetzt gleich in den Item Shop rein. Was ist da heute so einsteig? Leute, was haben wir heute erstmal jetzt gemacht? Wir haben hier nämlich das Set. Das ist mein Set. Ich habe gerade gewinnt. Das läuft nicht mehr. So, dann haben wir es geschafft. So, hier Leute. Go. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Nein. Achso. Ja, komm her. Gleich. Gleich. Geh ich kurz raus. Nein, ich bin der Tibi. Er kriegt mich aber wieder nicht. Er kriegt dich nicht mehr gleich. Geh du mal kurz raus. Ich geh auch mal kurz raus. So, jetzt geh du wieder rein. Habt mich. Geh ich wieder rein. Alter Vater. Jetzt hat er mich, oder? Nein, hat er nicht. Warum? Jetzt hat er mich. Okay. Wir fangen mit dem Rokoskin. Der ist ziemlich mittelmäßig. Steam Punk sage ich das. Steam Punk sage ich das. Steampunk sage ich das. Steam Punk sage ich das. Steam Punk sage ich das. Steam Punk sage ich das. Nein, ich finde den richtig geil. Ich gebe dem 8 von 10. Steam Punk-mäßig komm. So. 8 von 10. Mayhem. 7 von 10. 7 von 10. Junckt. Junkjett. Oh mein Gott. 9. 9. 9. Na, 8 von 10. 4. 4 von 10. was dreht das ding mal außerdem bei dem anderen müssen so ja okay ich soja und dann sind wir beim rack raider hast du den jemals auf der märkte sein ich finde den schrecklich zwei von zehn und zehn von zehn dragon exe von zehn gibt es acht von zehn muss ich ja zehn von zehn gehen ich habe mir selber manika manika ja ich bin schon wieder nicht drin ich bin noch mal aus jetzt ja okay manika was so geben den finde ich nicht so wirklich toll das gibt dem 15 was hast du ihm gegeben ich hatte nur drei von zehn drei zwei von zehn dann klick was ist jetzt eigentlich hier was war jetzt das neue also wir haben nur die die beiden skins gaben das ja auch noch das junkjet und ruckus und so weiter ja alles klar das war das neueste ich sag mir heute gibt es schon sagen ja gut ich sag nur ja nur galt gold super kommt mit shop gold super gold super also war mal zu ja da gibt es gibt es ja so ein ding wo sie gesagt haben 8 8 9 9 10 10 jetzt musste am 11 11 erst kommen das ist doch ganz logisch das doch offiziell bestätigt dadurch da gab es dort die offizielle bestätigung 11 11 weil am 8 8 kam das eine raus am 9 9 das andere und am 10 10 da muss der am 11 11 rauskommt leute wenn ihr wenn ihr wenn ihr euch jetzt ohne was ist mit einem gleich los hat er einen einer waffel nee das haben jetzt das hat tatsächlich ein anderer youtuber ein deutscher youtuber so geliegt kommt aber gleich ja was dann gehen ich bin noch drin wirst du da raus hier es hat tatsächlich ein anderer deutscher youtuber gelegt wir wollen das ja ich bin doch schon geht nicht mehr mag mich auch nicht mehr ich bin aber sowas von genau drin erkennt mich nicht mehr machen das lichter im hintergrund zu hell ist oder was so ok also jetzt bin ich wieder da also ich würde sagen wir das was was haltet ihr denn eigentlich von diesen ganzen jetzt ist es rausgekommen der kommt jetzt heute das kommt seit ein paar tagen kommt ständig der cool truppe raus jetzt habe ich noch nicht im shop gesehen ja genau so ja gleich gleich papa du bist so groß ich papa gleich sich papa gleich verstecken big papa gleich so also wenn es euch gefallen hat unser zucker noch vorbei das video bisher noch ja weil wir müssen wir noch sagen wie es hieß wie es jetzt heißt wir haben in den kanal noch mal um benannt fort nach der die clip was kohlen als daily clips aber das ding genannt jetzt weil wir da jetzt regelmäßig jetzt tickt also müssen wir dann täglich machen ich komme ich in die wir hätten es denn sonst nennen müssen wir es nicht täglich machen regulär nie regulär die fordnacht ja genau ich kann mich in die wir verstecken guckt ja ist ja schön ok bislang rein macht's gut bis dann und tschüss